Bismillahirrahmanirrahim Aber die Eltern sagen, man soll noch 5 Jahre warten Erst dann wird man der Ehe zustimmen Was sollte man tun? Schaut mal, wer das Problem hat, dass er eine Frau heiraten möchte Aber die Eltern sagen zum Beispiel, die soll noch die Schule fertig machen Oder die soll die Uni fertig machen Dann gibt es eine sehr leichte Lösung Man kann schon mal einen Heiratsvertrag schreiben Und sie lebt noch zu Hause und er lebt noch zu Hause Und sie können nach 1 Jahr zusammenziehen Nach 2 Jahren zusammenziehen Ja, sogar nach 3 Jahren zusammenziehen Das ist überhaupt kein Problem Und dafür haben wir einen Beweis In der islamischen Religion Wallahu ta'ala a'ala Was? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم